Patrick Herrmann hier, von der Borussia. Hier ist der Patrick Herrmann? So sieht's aus. Ja, ich versuche mal ein paar Trikos von mir an den Mann zu bringen, weil die will momentan keiner haben. Wird nix. Hier ist der Patrick aus dem Fohlen-Fanshop im Borussia-Park. Grüße Sie. Wir haben ein klitzekleines Problem mit Ihrer Bestellung. Und zwar ist der Vlog Touram nicht mehr verfügbar. Jetzt ist die Frage, hätten Sie denn noch jemanden, der aufs Trikot drauf könnte? Das ist eine gute Frage. Das ist dem Kollegen ein Geschenk. Wen mag der denn noch so? Ich glaube, der Modo hat das schon. Ich kann ja mal im System gucken, was noch so da ist. Warten Sie mal kurz. Ja. Oh, da sind schon ziemlich viele weg. Wir hätten aber momentan eine Sonderaktion mit dem Herr Herrmann. Der Vlog ist... Ja, der ist Flacco, der hat verlängert. Ja, genau. Der hat verlängert. Dann nehmen wir noch einen Flacco. Genau. Und der Vlog ist auch noch gratis. Also da haben Sie echt Glück. Das ist ja echt toll. Ist das okay, wenn wir den drauf machen für Sie? Ja, klar, klar. Ja gut, da habe ich auch noch eine gute Nachricht für Sie. Denn ich bin wirklich am Telefon gerade. Und ich freue mich, dass Sie jetzt meinen Vlog auch noch bekommen. Ach nein, wirklich? Wahnsinnig. Der Touram-Vlog ist natürlich da. Den kriegen Sie. Und Sie kriegen auch noch ein Trikot von mir. Das lege ich noch oben drauf. Danke sehr. Ja, gerne. Dann bis bald im Stadion, würde ich sagen. Danke. Ciao. Hier ist der Patrick Herrmann von Borussia. Grüße Sie. Hallo. Ich sehe gerade, Sie haben heute Geburtstag und werden rund. Und da wollte ich mir alles, alles Gute wünschen heute. Ach, vielen Dank. Ich habe mir etwas angesteckt. Ja, gerne. Ja, natürlich. Ich habe gesehen, Sie sind ja auch das gleiche Baujahr wie ich. Und da dachte ich, ich klingel mal durch und sag mal, sag mal alles Gute. Dann passt das ja. Vielen Dank. Ja, dann genießen Sie den Tag und bis bald, würde ich sagen. Ja, danke schön. Alles Gute. Ciao. Jo, tschüss. Denk nicht. Bin es nicht? Ja. Servus. Guten Tag. Patrick Herrmann hier von der Borussia. Ich weiß nicht, ob Sie mich kennen, aber ich gehe mal stark davon aus. Ja. Ich habe hier Ihre Bestellung aus dem Fanshop gerade vor mir. Okay. Und ich habe gesehen, Sie haben ein Stindeldrikot bestellt, das neue. Ja, genau. Und da war jetzt einfach meine Frage, hätten Sie denn nicht Bock, meinen Flock da drauf zu haben vielleicht? Ja, wie komme ich denn zu der Erde? Ja, ich versuche mal ein paar Trikots von mir an den Mann zu bringen, weil die will momentan keine Ahnung. Also lieber den Stindel oder lieber den Hermann dann doch? Ja, komm. Dann doch den Hermann. Da gibt es auch ein bisschen Rabatt, dann machen wir den Flock gratis für Sie. Okay, cool. Danke. Das ist doch eine Idee, oder? Ja, danke für den Anruf auf jeden Fall. Ja, dann alles Gute und bis bald im Stadion mal. Gleichfalls. Sehr hoffe ich. Tschüss, machen Sie es gut. Ciao. Das ging ja einfach. Hier ist der Patrick vom Fohlen-Fanshop im Borussia-Park. Servus. Hallo. Guten Tag. Hallo. Wir haben Ihre Bestellung hier reinbekommen und haben ein klitzekleines Problem damit. Und zwar ist der Flock vom Toni Janschke schon ausverkauft. Okay. Das ist wirklich sehr kurios, weil eigentlich bleiben die immer liegen am Ende der Saison. Aber irgendwie diese Saison will den jeder haben. Jetzt ist die Frage, hätten Sie noch jemand anderes, den wir da drauf machen können vielleicht? Ja, Hermann. Den haben wir sogar. Das hört sich doch verdammt gut an. Sie haben auch ein bisschen Glück, denn ich bin sogar wirklich am Apparat gerade. Und es freut mich wirklich sehr, dass Sie mein Trikot ausgesucht haben gerade. Aber ich kann Sie auch ein bisschen beruhigen. Sie kriegen natürlich das Janschke-Trikot und ein Trikot von mir noch gratis dazu. Das lege ich noch oben drauf. Was halten Sie davon? Ja, dann würde ich sagen, machen wir das so. Freut mich für Sie auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Super. Tschüss. Dankeschön. Grüße Sie. Hallo. Patrick Hermann hier von Borussia. Hallo. Hallo. Ich sehe gerade, Sie werden heute 18 Jahre alt und da wollte ich Ihnen mal alles Gute wünschen zum Geburtstag. Das ist aber nicht richtig, das ist mein kleiner Bruder. Ach so. Ist der gerade in der Nähe vielleicht? Nee, aber der ist gerade das erste Mal mit dem Auto alleine unterwegs. Aber vielleicht kann ich das ja kurz aufnehmen. Ja, gerne. Können Sie gerne aufnehmen. Ja. Schade, dass wir den verpasst haben. Ja, hallo Jonas. Hier ist der Patrick Hermann von Borussia. Ich wünsche dir alles, alles Gute zum 18. Geburtstag. Ja, leider sprechen wir uns nicht persönlich, aber trotzdem hoffe ich, der 18. ist ja was Besonderes und dass es trotzdem ein schöner Tag heute für dich ist. Und natürlich, dass wir uns bald mal wieder im Stadion sehen. Also alles Gute und bis bald. Wer ist da dran, Patrick Hermann? So sieht's aus. Hier ist der Papa. Hallo. Ich bin seit 40, 50 Jahren gelaufen. Ja, so muss das sein. Vielen Dank für den Anruf. Ja, sehr gerne sogar und einen schönen Tag euch allen noch. Ja, danke. Super, tschüss. 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 Jawohl. Tschüss. Kösz恥. Jpozy. Ich glaube, keinannéeer von유port causingannerens. Es ist ein Kind. Vielen Dank.